Es ist mehr gelaufen. Achtung, Jusy! Drei, zwei, eins. Hallo liebe Kids zu Hause, herzlich willkommen wieder bei HypeTV. Bis wieder, euer Jusy. Wie wir hier im Studio sind, haben wir auch wieder einen Studiogast und ihn kennt man auch. Herzlich willkommen, Jüge Schneider. Hallo Jusy. Und als allererstes, kommst du unser Hype T-Shirt rüber, das ist für dich. Danke. Und natürlich, weiss ich das, den Schweizer Durchbruch, den du ja gehabt hast, vor allem mit der bekannten Stimme von Globi. Nein, nicht Globi, das habe ich nicht gemacht. Das ist der Waltraus Müller. Globi. Ja, ja, ja. Aber du hast doch den Film gemacht von Globi. Ich habe gar nicht Globi gemacht, gar nicht. Und die Kassetten und alle Züge. Ja, sie sind nicht gut orientiert. Ja, aber was hast denn du gemacht? Der Kaspel, ich habe nicht gemacht. Ah. Hallo Globi. Hallo Globi. Ich bin aber nicht der Globi. Ich habe nie Globi gemacht, nicht einmal im Land. Jawohl, da sind wir wieder zurück bei Hype Tv mit Jusy und Tüge. Hallo Tüge. Und Tüge ist auch der Mann, der die Stimme am Globi gegeben hat. Tüge. Nein. Sie kommt Knusperli. Der Kaspel habe ich gemacht. Der Kaspel ist da. Das hat eine Zahle stimmt. Okay. Jetzt. Also, hör mal. Jetzt muss ich mich sagen, dass du keine Ahnung hast, wer ich bin. Also, jetzt muss ich, ich sage jetzt dir oder sie, das ist gleich. Also, das ist so etwas von unprofessionell, was ich da mache. Sag noch, vielleicht noch schnell. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ihr müsst doch wissen, wer ihr erwartet. Das ist jetzt eigentlich Wahnsinn. Wahnsinn. Zin. 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 Zin.